Hi Freunde und Herzlich Willkommen, wir haben Archie Gaming, Fluff am Start, heute mit dem neuen 19-0-Content ist Mittwoch, es ist kurz noch 19-0-TG, gibt uns zwei wieder einen neuen Innenverteidiger, einen weiteren Franzosen, genau den haben wir gewollt, nicht, danke dafür, ja, wir haben Luik Badé, darüber werden wir heute diskutieren, das Ganze mit Quatschen, die SBC, wir gehen rein in die Technik Future Stars Challenge, es ist Mittwoch, das heißt, wir haben auch ein neues Team-Outweek, wo wir kurz durchgehen und, viel wichtiger, steht mal wieder eine neue Probe am Freitag, da sind die ersten Links, aber vor allen Dingen der neue Loading Screen am Start, auch das werden wir bequatschen, bleibt also gerne bis zum Ende dran, um alle Informationen zu bekommen, insofern, let's go und rein ins Video. Ja Freunde, bevor wir rein starten, falls ihr daily nichts verpassen wollt, lasst auf jeden Fall gerne kostenlos ein Abo da auf dem Weg Richtung 60.000 Abonnenten, dauert eine Sekunde, eine Sekunde dauert es auch einen Daumen nach oben da zu lassen, Dankeschön dafür und Support und gerne auch für den Algorithmus ein Kommentar hinterlassen, damit könnt ihr mich kostenlos und sehr, sehr schnell unterstützen. Dankeschön dafür den Support, Freunde, und wie jeden Tag starten wir erstmal rein mit der Technik Future Stars Challenge, da natürlich gerne reingehen, zwei Tage geht der ganze Bums noch und, ja, da geben wir wie immer ein 75er-Graden-Squad ab, wir geben drei Ligen ab und dann ist das ganze Ding durch, ja, also, Präum-Gold-Probe-Pack, holen wir uns da mit, meine Empfehlung geht wie immer raus, die natürlich daily mitzunehmen, aber natürlich auch meine daily Empfehlung natürlich in Bezug auf Technik Silber-Upgrade, da bitte einmal reingehen und zwar zweimal am Tag, die Option ist auch da, falls ihr neu sein solltet, eben dort Future Stars Karten rauszuziehen. Ja, und dann haben wir, out of nowhere, und Freunde, ich habe never ever heute damit gerechnet, wirklich so sprachlos zu sein, die Badé-SBC, die, die das Video von gestern gesehen haben, wir haben ja gestern auch eine Pundit-Pick-SBC am Start gehabt mit Dissacy, mit Frankreich, mit IV und da wollte ich das Thema schon gar nicht so groß machen. Ich hatte es die ganze Zeit in meinem Hinterkopf, ja, vielleicht habe ich auch angezogen, ich weiß es nicht. Ich hatte aber die ganze Zeit in meinem Hinterkopf, ey, Dissacy, der nächste französische Innenverteidiger. Ich will euch gleich auch mal die Vergleiche natürlich zeigen diesbezüglich. Und jetzt, tatsächlich einen Tag später, 24 Stunden später, denkt sich, ey, Freunde der Sonne, wir geben der Community einen wunderbaren französischen Innenverteidiger, weil wir haben ja so wenig. Und da muss ich erst sagen, Freunde, was ist denn da los? Was ist denn da los? Wer sitzt da bei EA und denkt sich, französischer Innenverteidiger, das ist das, was wir alles brauchen? Freunde, was ist da los? Was ist da los? Aber das ist nicht alles. Auf dieser Ebene gibt es, mehr ich, noch andere unterschiedliche weitere Ebenen und die werden wir jetzt gemeinsam bequatschen. Also, erst mal weg, Future Stars, Bardi ist draußen, er ist 14 Tage da, Achtung, behalten, 14 Tage ist die SPC am Start, Louis Bardi, Sevilla ist am Start, La Liga-Link für ein 84er-Gradion-Squad mit einem Team of the Week. So schön, so gut, alles in Ordnung. Okay, gehen wir mal weiter. Drei Stelle, drei Stelle, Mittelhocharbeitsraten, 1,91 Körpergröße, sehr in Ordnung. IV, Sevilla, La Liga, Frankreich, danke dafür. Dann aber Tempo-Split ist gut ausgeglichen, ja, mit einem Shadow offensichtlich, aber auch hier mit einem Anchor, sehr, sehr attraktive Karte. Reaktions-State bei 84? Weiß ich jetzt nicht. Kurzer Pass, 95, sieht gut aus. Defensive und Physis, beides bei 87, schön ausgeglichen. Alles in Ordnung. Sieht auch erstmal alles in Ordnung aus, ja. Fünf-Spiel-State bringt er auch noch mit und das Geile, muss man jetzt wirklich sagen, ist wirklich, dass er hier die Playstyles, die meisten, wirklich bei Defensiv hat. Grätsche Plus kommt dazu und ich kann das schon mal ein bisschen spoilern. Er passt auch in die Evo rein, in die, die aber, Achtung, ich spoilere jetzt auch das jetzt schon mal, die eben nur noch sozusagen in Anführungsstrichen drei Tage da ist. Aber da kommen wir gleich zu, wenn wir gleich das Fass aufmachen und dann auch nicht quasi außen vor zu lassen, körperlich bringt er unerbittlich mit und da bist du ja auch, ob es ein Playstyles ist, das wäre natürlich noch sexier, aber körperlich im Allgemeinen als Playstyles zu haben, auch nicht schlecht in diesem Game, ja. Also das schon mal vorweg, die Badé-Karte an sich. So, und ich habe echt gedacht, Freunde, das ist doch ein Scherz jetzt. Ich dachte, es ist versteckte Kamera oder was, ja. Wieder ein EV, wieder ein Französ, ich kann sie nicht mehr sehen. Das war mein erster Gedanke. Das aber jetzt erstmal zu den SBCs. Denn es ist hier heute die alleinige und einzige SBC, die draußen ist und ich gucke gerade nochmal rein, Friends. Es ist wirklich die einzige, ne. Tatsächlich 40k. Preis ist auch schon da, aber was ich euch viel wichtiger zeigen wollte, ist nämlich zum Mittwoch hin natürlich das neue Team of the Week. Und da werde ich euch mal kurz hier auf den Screen hier mitnehmen. Und zwar sieht es wie folgt aus. Denn da war auch eine interessante Information am Start. Und zwar ist jetzt, Donnarumma ist mit dabei, Ödegard, Correa ist mit dabei, Bastoni, Merino ist mit dabei, unter meiner Facecam, ein bisschen schräg ist, Gioro ist mit dabei, Pajua auch bekannt, Gomez ist mit dabei, Tava, Javier, dann haben wir Neres, ja, bekannte Namen. David ist mit dabei, Knauf war klar, dass er kommt, genau, Stotterbeck war auch obvious, dass er kommt. Ihr seht unten dann die 85er, aber dem einen oder anderen ist es schon aufgefallen. Was haben wir da am Start? Wir haben im Endeffekt, gut, Torwart hat keinen Playstyle Plus, wir haben bei jedem Einzelnen einen Playstyle Plus, aber viel wichtiger, wir haben zwei Playstyle Plus bei unter anderem Korea, bei Bastoni am Start. Die Featured Team of the Weeks sind dort mit doppelten Playstyle Plus, einmal hier am Start. Und das ist natürlich, ja, passend zur aktuellen Powercurve, sozusagen, und das ist natürlich sehr, sehr nice. Gehen wir gleich on Detail durch das Team of the Week und dann, ihr werdet es schon im Thumbnail wahrscheinlich gesehen haben, haben wir natürlich auch einen neuen Loading Screen oder wenn ihr euch eingeloggt habt, Fantasy FC. Es war schon länger geleakt worden, wie das Karten-Design aussieht. Hier geht es nochmal offiziell von EA bestätigt. Es geht in zwei Tagen los, sprich Freitag, 19 Uhr, hier auf dem Channel, Freunde, wieder das XSL-Video, freue ich mich extrem drauf. Fantasy Foot, hieß es damals jetzt, Fantasy FC. Heißt die neue Promo, neue alte Promo, sozusagen, ja, mit dem Upgrade Pass, Live-Karten sozusagen. Und da gehen wir natürlich gleich auch kurz in die Links rein. Bevor wir das gleich machen, Freunde, uns bei Football nochmal die SBC anschauen und so weiter und so fort, gehe ich nochmal mit euch gemeinsam, und zwar in-game. Wir gehen kurz wieder, wie immer, jeden Tag kurz in die Ziele, um zu gucken, ob was Neues am Start ist. Nein. Seasonal, nein. Das ist eigentlich, wo ich die Trikots machen. Nein und nein. Also, Ziele haben sie auf jeden Fall schon mal vergessen. Können wir schon mal festhalten, da ist nichts Neues am Start. Dann, wie immer, gehen wir rein erst mal zum Pack-Segment. Und wie sieht es hier aus? Die überteuerten allgemeinen Limits pro Packs, auch die wieder maximal überteuert. Nein, Dank. Ach du Jemine. Simon, Leute, lass die Finger weg, Friends. Packs für dich nach wie vor. Die am Start klang, sind die eigentlich noch da? Ohne Limit bleiben die für immer jetzt? Okay, und hier drei Minuten können wir vielleicht gleich das Preview-Pack zum Abschluss öffnen. Fangen wir erst mal an. Und zwar, die habe ich von heute noch ready gemacht und übrig gelassen sozusagen mit dem Tradable-Pack. Spain, Rechtsverteidiger. Und dann gehen wir gleich auch in die Bisschen Rating-Packs rein. Zum Mittwoch, zum neuen Team of the Week. Vielleicht können wir auch schon ein neues Team of the Week ziehen. Auch das nicht unwahrscheinlich. Das kann natürlich auch sein. Aber wie gesagt, heute das Hauptthema, wie immer mit, das Team of the Week zum einen und jetzt halt das mit der SBC. Also, da komme ich nicht drüber. Da muss ich jetzt, glaube ich, erst mal ein paar Stunden, vielleicht ein paar Tage darauf klarkommen. Ey, Freunde, und lasst mich, also nutzt den Kommentarbereich. Dafür ist es da. Das ist ein Video hier, wo ich natürlich meine Meinung euch mitgebe. Es ist nicht die eine Meinung, sondern wir in der Community haben natürlich auch unterschiedliche Meinungen, ja, sind unterschiedlich diesbezüglich mal meinungsstark, ja. Und insofern, wie gesagt, jede Meinung ist hier herzlich willkommen, bleibt respektvoll zueinander, ja. Und da bin ich auch sehr gespannt auf eure Meinung, aber viel wichtiger auch die Community, glaube ich, ist gespannt auf eure Meinung, wie ihr jeweils zu den Sachen steht. Also lasst mich auf jeden Fall sehr, sehr gerne natürlich auch eure Meinung in den Kommentaren mal wissen. Ich lese wie immer alle Kommentare durch und freue mich dann, ja, eure Gedanken natürlich zum Content zu lesen. Und ob ihr vielleicht meiner Meinung seid, ob ihr eine andere Meinung seid, bin ich auch mal sehr gespannt. So, jetzt gehen wir mal kurz zum Rating Packs und wir haben ja erstmal, wie immer, das 84 Plus Pack am Start. Es wird England, es wird Rechtsverteidiger, komm. Okay, ich glaube, den haben wir zuletzt abgegeben. Ich glaube, den haben wir... Oh. Oh, ist tradable. Ich wollte schon sagen, nicht, dass du jetzt untrade bist. Ah, deshalb wurde mir bei den Untrades nicht mehr angezeigt, weil er tradable war. Gut. 84 x 4er Pack. No. No. Ach Gott. Oh, bitte. Ah, okay. Gut. Ist okay, sagen wir mal so. Oh. Doppelwarket. Kurbel und groß. Sehr nice. Stones ist mit dabei. Kein Duplikat, das sieht man auch immer gerne. Also ein bisschen an Rating, sagen wir nicht hinein zu. Also die Frage, gehen wir hinten zu den Trade Packs oder... So, jetzt sind es wieder 60. Oh, die beiden da öffnen. Dann kommt die 281 Doppler. Also Fuggestars ist jetzt auch länger mehr um die Ecke gekommen, aber... Ja, muss man auch mit... Oh, 85 und 84. Hä, was ist denn hier los? Freunde? Also, wie gesagt, ist kein fettes Packlack, aber aus dem 81 bei 2, 85 und 84 ist auch nicht schlecht. Schlecht ist da definitiv anders. Das ist dann der Normalfall 81 und 82 und Molina ist leider nicht tradable. Und dann öffnen wir noch hier gleich das Preview Pack. Dürfte jetzt hier durch sein. Packs für dich. Klassische Packs. 7 Sekunden. 6, 5, wir zählen runter. 4, 3, 2, 1 und rein. Abfahrt. Punktlandung. Wird es mit Glück wieder gut gemacht? Kostisch? Okay. Ist okay. Sagen wir mal, okay, ein 83er zieht man auch nicht alle Tage, aber natürlich kein lohnenswertes Pack. So, bevor wir gleich mit den Packs vielleicht gleich weitermachen, Friends, gehen wir noch einen Step weiter und gehen wir wirklich hier, ja, quasi zum Loading Screen zum einen und ich kann euch gerne auch den anderen Screen dann zeigen. Das ist natürlich das Team of the Week, was ich eben erwähnt habe. Und da, wie gesagt, wichtig, die doppelten Playstyles, Playstyle Plus, gehen wir gleich on Detail durch. Fangen wir kurz, gehen einen Step zurück, wieder zur SPC. Fangen wir damit an. Und zwar Louis Bade. Wie gesagt, der ist draußen, 40k, jetzt kurz nach 19 Uhr soll er kosten. Ja, wie gesagt, ich habe es gesagt, ein Team of the Week, den wir abgeben müssen, 84er. Wir können sagen, okay, innerhalb der zwei Wochen auf jeden Fall craftable, grindable. Das will ich auch gar nicht irgendwie grundsätzlich schlechtreden. Es geht mir nur darum, um die Alternativen, um die Überlegung, was hätte EA alles machen können und was macht EA? EA haut innerhalb von zwei Tagen zwei französische Innenverteidiger raus, wo ich mir dann einfach denke, okay, was ist los? Ja, sind die irgendwie dreimal auf den Boden gefallen und wurden nur einmal aufgefangen und haben danach entschieden, ja, was hauen wir für SPCs raus? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Freunde. Es ist schon ein bisschen traurig, muss man ehrlich sagen. Und ja, wir können ihn upgraden auf die 89. So, das wäre jetzt auch mal kurz wichtig zu erwähnen. Also, wir halten fest, wir können ihn upgraden mit 86 Reactions dann. Ja, ihr habt's, ihr kennt's ja alle, die Evo, ich hab's ja mal vorbereitet hier. 75.000 Münze oder 350 FC Points. Wenn ihr die denn noch frei habt, ja, wir hatten viele Optionen, sprich 17, daraus dürften jetzt 18 Spieler geworden sein. Vielleicht ist er hier auch noch nicht mit dabei, aber er ist auf jeden Fall jetzt hier potenziell möglich, wieder reinzuknallen in FS Glow Up, ja. Vielleicht habt ihr schon Pacho reingeknallt, vielleicht Musa, vielleicht Sule, vielleicht wen auch immer, ja. Vielleicht hat er Bissek genommen, Magasa oder whatever. Kann ja schon sein, dass ihr den Slot gar nicht mehr frei habt, aber die Möglichkeit wäre da, ihn abzugraden. Und da sehe ich halt ein bisschen das Problem, denn diese Evo, wie lange ist sie noch da? Ihr seht's hier, drei Tage, 22 Stunden, 38 Minuten. Der SPC selber ist aber zwei Wochen da. Ich mein, das wollte ich jetzt so allgemein einfach sagen, dass da grundsätzlich schon irgendwie keine Linie drin ist. Dann bringt ihn halt was früher, meiner Meinung nach, ja, und gibt ihm von Anfang an die Möglichkeit, ihn reinzupacken in die Evo. Denn, ich sag jetzt mal, ein bisschen, vielleicht ist er auch überzogen, aber 8% werden jetzt diesen Slot schon gar nicht mehr frei haben und werden vielleicht jetzt denken, wenn ich jetzt Sevilla-Fan beispielsweise wäre, ey, den hätte ich allen anderen vorgezogen, wieso kann ich, ich hab den Slot aber nicht mehr frei, ja. Ich hätte den gerne da reingetan. Wie gesagt, ich versetze mich jetzt in Sevilla-Fan oder sowas. Wie gesagt, geht nicht für alle, ja, aber mal als Beispiel, ja, und das ist das, wo ich mir dann denke, das ist doch im Endeffekt nicht 100%, gut, jetzt können wir darüber diskutieren, was sich bei EA 100%ig durchdacht. Nein, es ist im Endeffekt nichts bei EA 100%ig betrachtet, könnte man auf jeden Fall aktuell denken. 99 kurzer Pass, sehr nice, 90 Dev, 89 Füßes, okay. Sieht nach einer guten Karte aus, aber jetzt nochmal zu dem Punkt, wo ich eben am meckern war. Warum bringt die EA? Franzosen, wir können auf die Position des IVs gehen und dann gehen wir mal durch. Renar. Wir haben viele, spiele ich oft gegen, ein Renar, egal welche Version, ob es die Karte ist, die vielleicht jetzt auch durch den Player-Pick zuletzt bekommen, ja, gut, Team of the Week, müssen wir wegen dem Tempo vielleicht gar nicht drüber diskutieren, aber bei den Männern geht es ja genauso weiter. Ich sage, sie eignen sie das jetzt mal außen vor. Blog sieht man häufig, die SAI PT und so weiter sofort. Simakau sage ich nur, Varan sage ich nur, Hernandez sage ich nur, Saliba, wie oft haben wir über ihn diskutiert, Freunde der Sonne, wie teuer er ist, aber auf der anderen Seite, wie gut er auch ist, haben auch ein paar gemacht, ja, obwohl die jetzt so teuer war, sozusagen. Dann aber Lukeba am Start. Nächster französischer Innenverteidiger, aktuell in der jetzigen Promo. Dia Kite, ebenfalls in der jetzigen Promo. Magasa kann auch IV spielen, in der jetzigen Promo. Und da sind wir noch nicht bei Kim Pempe. Ich habe noch nicht um Tite gesagt, ich habe noch nicht Mangala gesagt, ich habe noch nicht Kunde gesagt, ja, und da geht es ja weiter. Cidia ist auch am Start, kann auch IV theoretisch spielen. Makengo, Dissasi, wie gesagt, gestern rausgekommen. Ennan ist die Info-Karte. Upa Meccano haben wir auch noch als Version am Start. Habt vielleicht auch gestern welche gezogen aus dem Player-Pick. Ne? Kalulu. Freunde, das zieht sich ja durch. Das zieht sich ja durch. Ja? Und da haben wir jetzt eine Seite komplett durch und die zweite tendenziell Tamese, wenn ihr die Evo-mäßig beispielsweise abgegründet habt, Tudibo, Evo-mäßig abgegründet habt, ist dann weiter am Start. Also die Optionen sind hier jetzt wirklich endlos. Ja? Und da muss ich mir wirklich sagen, es ist jetzt der 21. zweite EA. Ihr hättet alles machen können, aber einfach keinen französischen Innenverteidiger, weil den brauchen wir definitiv. Heute und an dieser Stelle in diesem Game einen französischen Innenverteidiger einfach nicht mehr. Jetzt habe ich mich lang genug über die SPC aufgeregt. Wie gesagt, das ist meine Meinung. Ihr könnt gerne eine andere Meinung haben, Freunde. Aber die Football-Gobby, wie gesagt, auch hier 240 Votes jetzt schon drin. 50% nur Daumen runter. Äh, hoch und 85% Daumen runter. Ich kann es nicht mehr. Freunde, ich bin der Erste, wie gestern, der gesagt hat, 86 plus Flappig. Auf jeden Fall eine Chance. Mal reingehen. Ist gut gepreist und so weiter. Sofort, ja. Wenn ich was gut finde. Leute, die hier jeden Tag einschalten. Freunde, ich bin wirklich nicht immer negativ, ja. Aber da kann ich jetzt. Freunde, da kann ich nichts Positives, nichts Positives sehen. Und ich kann es mir auch nichts aus den Achseln schneiden. Oder keine Ahnung. Ich kann mir auch nicht, keine Ahnung, irgendwas ausdenken. Weil da würde ich nur euch belügen. Und, äh, man muss auch ehrlich mal wirklich das, let's face it, man muss auch einfach mal sagen, das ist eine unnötige, sinnlose SBC. So. Und damit ist das Ding für mich durch. Louis Bardet für mich unnötig. Fertig aus. Mickey Mouse. Haben wir das einmal abgehakt. Ihr seht, ich, äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich bin nicht der Einzelne, der damit so, äh, ihr seht wie emotional, wie ich das mitnehme. Ich, ich, ich könnte mich da jetzt tagelang drüber aufregen. Aber es ist einfach so. Kommen wir zum Team of the Week, Freunde der Sonne. Und, ja, ich hab's euch ja eben schon gezeigt. Wir haben am Freitag die Fantasy FC Geschichte am Start. So. Lasst uns da kurz abhaken, das ganze Ding. Team of the Week gehen wir gleich drauf ein. Wir haben schon zwei Leaks Stand jetzt am Start. Es wird die nächsten Minuten weitergehen, bis das Video hier online sind, weil schon zwei oder drei weitere Leaks am Start. Gehen wir dann morgen alles durch in Ruhe. Mondi auf jeden Fall schon geleakt als Fantasy Foot oder Fantasy FC Version Karte soll kommen. Und genauso auch ein Werner. Da ist aber Pace jetzt nicht hundertprozentig angegeben. Guckt nicht auf die Ratings. Ja, die sind, wie gesagt, nicht confirmed. Es geht jetzt rein um die Namen. Ja. Also die Stats sind hier natürlich nur predicted. Ähm, Mondi ist der eine und Werner der andere, der da schon quasi geleakt ist. Wir können gerne nochmal reingucken, ob jetzt aktuell was, äh, sich geupgradet hat. Aber Werner in dem Sinne und, äh, Mondi sind die zwei Kandidaten, die da schon geleakt sind. Und wie gesagt, wir werden morgen dann separat zu Donnerstag hin auch nochmal einige Leaks auf jeden Fall bequatschen. So. Jetzt bequatschen wir noch, last but not least, das Team of the Week 23, Freunde. Und da muss ich ehrlich sagen, und das finde ich jetzt wieder positiv, das ist eine positive Geschichte. Das hat ihr ja richtig gut gemacht. Wir haben die zwei Playstyles Plus. Gute Geschichte, sehr, sehr nice, ey. Und da geht mein Daumen hoch, ja. Also es ist nicht so, dass ich mal alles negativ rede. Gibt's ja auch einige kleine Daten von euch, die hier regelmäßig einstalten, die das Game überhaupt gar nicht feiern, aber regelmäßig meine Videos schauen. Oder auch negativ einfach in die Kommentare schreiben. Also lasst mal Positivität in den Kommentaren auch da, Freunde. Wird sowieso viel zu selten auch mal was Positives in die Kommentare geschrieben. Schreibt gerne mal in den YouTube-Kommentaren auch was Positives. Äh, würde mich extrem, extrem freuen. Ähm, genau. Aber für die Leute, die da mal nachfragen, ja, ich kann auch Sachen positiv finden bei EA. Ähm, und da müsst ihr nur regelmäßig einschalten. Dann bekommt ihr das auf jeden Fall auch mit. So, was schon mal gut ist, ist, Footbin lädt nicht ewig. Das ist schon mal good to know. Und da gehen wir mal kurz durch. Erstmal natürlich, ups, ja, das wollen wir nicht machen. Erstmal natürlich die Frage, wer ist Silber, wer ist Bronze, wer ist Gold, wie, wo, was, sind sie ziehbar? Und dann machen wir so parallel mal hier gerade auf. Knarrhoff wieder weg, zack, Öligard, Pajor und dann noch Chorea und David. Also fangen wir. Dann haben wir Navakai-Me, wenn das so ausgebaut wird. Forster, Forster. Von 77, das Upgrade, Saudi-League am Start. Äh, gut. Hat ein paar interessantes Netz, ist aber am Ende des Tages SBC-Futter. Können wir uns, glaube ich, darauf einigen, ne? So, dann haben wir Jutta, äh, von der Silberkarte, also potenziell auch Silber-Upgrade. Haben am Anfang des Videos drüber gequatscht, gerne reingehen, auch ein Team of the Week. Könnt ihr daraus ziehen, weil die Base-Karte Silber ist. Genauso Motta, auch der kann da drin sein. Ich glaube, den habe ich sogar heute noch als Silberkarte gezogen. Nicht heute, gestern meine ich. Könnte sogar sein, tatsächlich. Ähm, ja, auf jeden Fall drin. Könnte so ein Silberpack drin sein, ist wieder auf der 85 drauf, aber natürlich auch SBC-Futter. Knauf genauso. 3-3 ist natürlich viel zu wenig. 74 Composure. Gute Nacht, Marie. Äh, der aber 75er Non-Rare Gold. Dann haben wir hier wieder eine Silberkarte. Wir haben El-Kanouche am Start. Auch 3-3. Das ist natürlich SBC-Futter pur. Äh, dann haben wir Grease. Nächsten Silber. Dann sehen wir nochmal einen Bronze-Guy. Das wäre richtig geil. Wenn wir einen Bronze-Guy auf die 85-Räcke-Boost sehen, das wäre auf jeden Fall ein saftiger Boost. Und klar, von Silber oder Low-Rated Gold, die Upgrades sind natürlich richtig gut. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Dann kommen wir zum Starter-Squad Donnarumma. Gut, und der hat natürlich jetzt ein Problem. Ich persönlich habe ihn auch, witzigerweise. Die 90er Donnarumma-Karte am Start zum Beispiel. Insofern ist das natürlich die 89er mal so gar nicht. Ähm, und insofern wird auch der, so traurig es ist, als SBC-Futter ändern, weil er halt auch schon eine bessere Version am Ende des Tages hat. Gut, der hat jetzt hier drei Playstars, aber wenn mich nicht alles täuscht, ja, also im Endeffekt, wie gesagt, wird SBC-Futter auf jeden Fall sein. Aber ist ja gut, dass wir da auch ein bisschen high-rated oder higher-ratedes Futter am Start haben. Tavanier ist mit 87er-Rating am Start. Wahnsinn, der ist schon der dritte Team of the Week. Boah, der Warte mal, lass uns mal gerade Lass uns mal gerade Warte mal, Playstyle ist ja Deadball. So, Playstyle-mäßig hat man hier noch keinen. Also Playstyle-Plus. Ich rede jetzt von Playstyle-Plus, wenn ich Playstyle-Plus. und in den Generations. Wo war das? Ah, hier, ne? Die 22er-Wennstück. Boah, der hat immer viele Special-Karten. Das zieht sich bei ihm einfach durch. Bastoli, da haben wir die zwei Playstars. Passt 193.000 Münzen. Ui. Also, damit können wir doch schon mal arbeiten. Plus 3. So, wie gesagt, Feature-Team of the Week. Boah, 7 Pace. 7 Reactions ist jetzt bei 93 Reactions am Start. 4 Death und 4 Physis. Ei, ei, ei. Freunde, das ist absoluter No-Brainer. Das ist eine Top-Karte. Das ist eine Top-Karte. Gut, ich würde wahrscheinlich tatsächlich den Shadow dann bevorzugen wegen dem komischen Antritt Sprintgeschwindigkeit-Split. Aber, damit können wir arbeiten. 200k, nicht ohne Grund. Sehr, sehr nice Karte. Dann war Joe Gomez, auch der Feature-Team of the Week. Und, äh, das haben sie wirklich, das haben sie wirklich gut gemacht. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die zwei Play Styles draufgeknallt. Intercept, Inception Pass. Und, wie gesagt, wir haben es ja gar nicht, ihr habt es ja gesehen, wer ist das? Jockey und Long Ball Pass ist drauf. Auch interessant. Ähm, dann haben wir hier eine ZMZ-DM-Karte. Eine sehr Allrounder-Karte am Start. Mit Interception und Inception und Inception Pass. Auch nicht schlecht für die Position. Ja, wir haben Premier League, wir haben Brasilien. Also, auch nicht schlecht, muss man sagen. Kost 55k. Guter Anfang. Also, man darf ja nicht vergessen, woher kommt man, ne? 76er gewählte Karte. Jetzt 87er. Also, das ist keine schlechte Starter-Karte. Das ist echt nicht schlecht. So, dann haben wir Merino am Start. Drei Sterne, drei Sterne nach wie vor. Gut, hat er die 87er-Version am Start. Kann mal gucken, preismäßig sind wir dann jetzt auch fast schon Richtung Discard. Ist auch eine ausgeliebte Karte. Merino ist einer, der immer so unter dem Radar kommt. Also, wenn der mal eine richtig gute Special-Karte kriegt, noch eine richtig, richtig, richtig krassere. Ähm, dann ist der direkt dabei. Ich meine, der ist halt jetzt schon mit dabei mit dem Shadow. Das ist, Merino ist die typische ausgeglichene spanische Mittelfeld-Karte, finde ich. Gioro. Oh, was sehen wir da? Relentless-Pass. Was hatte er jetzt? Incessive-Pass auch. Okay. Relentless ist natürlich, ich meine, gut, sie hat die 89er-Grade-Karte mit Relentless im Start. Da können wir jetzt auch wieder drüber diskutieren. Aber einfach mal froh sein, dass sie am Start ist und sonst auch SPC-Futter. Not bad. Um ehrlich zu sein. Dann David Neres. Er, in Anführungsstrichen, auch das Problem. Er hat die 86er-Version hier am Start. Fünf-Ständer, drei-Ständer natürlich attraktiv. Aber, seien wir ehrlich, reden wir über zwei Playstyles. Er hat Flay jetzt mit dabei. Da gibt es auch jetzt schon bessere. Ja, Pace und Dribbling ist da. Schluss zu passen. Auf jeden Fall muss man upgraden. Dann aber Ödegard. Wie sieht es bei ihm aus? Gut, da haben wir auch das Problem. Natürlich die 90er-Grade-Karte. Und ich meine Playstyle-mäßig. Ich habe die auch, glaube ich, untradled am Start in den Player-Pigma gezogen. Fünf-Sterne, drei-Sterne. Da interessiert mich natürlich jetzt nicht die Fünf-Sterne, Zwei-Sterne-Karte. Also, auch der wird wahrscheinlich wie so ein Donnarumma als SBC vor der Ende. Pacho genau das Gleiche. Das kann man jetzt auch schon sagen. First Touch mit dabei. Coposha ist nachher von ihr. Schuss ist mega. Das bleibt auf jeden Fall. Also, wenn ihr da Wolfsburg-Fan seid. Aber 3-3 ist halt zu wenig. Drei-Sterne, drei-Sterne ist zu wenig. Und dann haben wir auch zwei Kandidaten mit Korea. Der mit Forster, Forster und zwei Playstyle-Plus. Auf jeden Fall, wenn ich sogar der Beste ist. Trivella und Flair ist mit dabei. Auch das ist nicht schlecht. 84 Coposha könnte ein bisschen mehr sein. Angelianity Ballance ist nice. Stamina ist nice. Und guter Schuss und Paystats. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice Karte. Und David, der Klassiker mit Quick-Step. Ja, auch eher so eine Mid-Karte Richtung. Gut, wir haben Heading Eccuracy, Stamina. Okay. Composha ist okay. Angelianity Ballance halt ein bisschen hinten dran. Für seine Körpergröße könnte die höher sein. Gut, wir haben die drei-Sterne, fünf-Sterne. Aber, wir gehen nochmal kurz zurück. Korea, der Mainman im Team of the Week. Muss man tatsächlich so mal durchziehen. Bastoni, überraschend, sehr, sehr gut. Fand ich auch extrem gut, muss ich sagen. Und sonst können wir froh sein. Donnarumma, Ödegard, gutes High-Rated. Gioro, Pejor als High-Rated. Es ist ein bisschen von das zu haben. Oder auch hier so Gomez. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Da haben wir schon Schlechteres auf jeden Fall gesehen. Lasst mich gerne eure Meinung dazu auf jeden Fall mal wissen. Zu den Doppel- und Playstyles-Plus. Und generell, wie ihr das Ganze findet, wir ziehen jetzt Frankreich in Verteidiger. Das ist doch perfekter Abschluss, Freunde. Wir reden die ganze Zeit über Frankreich in Verteidiger. Und ziehen jetzt hier im letzten Pack des heutigen Videos. Das ist Kodate. Einer als Option. Natürlich nicht die Karte. Aber ja, Frankreich in Verteidiger. Das ist doch ein schöner Abschluss des Videos. Wenn es euch das Video gefallen hat, Freunde. Zerstellt euch einen Like-Button. Ihr wisst, wie es funktioniert. Lasst ordentlich, liebe Da. Lasst euch die 5-4 Likes und Shave wirklich voll machen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Wenn ihr Bock habt, Daily. Ich bin für euch da. Und schaltet einfach ein. Ich bin für euch Daily am Start. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Und euch einen entspannten Abend. Entspannten Tag. Je nachdem, wann das schaut. Viel Spaß hier bei den 2 weiteren Videos. Und bis morgen. Euer Flo von Aschi Gaming. Ich muss mich jetzt mal beruhigen. Ciao, Leute.